Weiter geht's! Allerdings nicht mit unseren Vorarlbergern, sondern wir spielen eine Runde Wer bin ich? Hier der erste Fakt. Ich feierte mein Debüt im Weltcup mit 16 Jahren. Okay. Mit 16 Jahren. Schiffrin. Äh, die Michaela Schiffrin. Äh, Michaela Schiffrin. 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 Weiter. Ich bin alle Disziplinen gefahren. Malis. Nein, ist schon... Petra Kronberger. Die Malis war's. Nein, das war nicht die Malis. Du mal mit mir reden. Janica Kostelitsch. Mit mir reden zuerst einmal. Kostelitsch könnte es sein, oder? Der ist mit 16 schon gefahren. Aber gut. Ach, wir müssen uns aufsprechen. Kostelitsch. Oder Riesch. Ich bin gefahren. Ich bin gefahren. Weiter. Ich konnte in allen Disziplinen mindestens dreimal gewinnen. In allen Disziplinen dreimal gewinnen. Also Riesch hat jetzt nicht gestimmt, oder? Wollt nicht dem alles. Nein. Eben. Ah, die... die Korten. Übts. Ah, Janica. Und die Kostelitsch. Äh, Kostelitsch. Mindestens dreimal. Die Anja Persson ist die erste. Ja, die Anja Persson. Wow. Anja Persson. Ja. Anja Persson. Fakt Nummer vier. Bei einer Heim-WM konnte ich drei Goldmedaillen gewinnen. Drei Mal gewonnen. Ja, die Persson. Das ist jetzt die Anja Persson. Gesucht war die erfolgreiche Schwedin Anja Persson. Es wird spannender, es wird knapper und viele Punkte sind nicht mehr zu vergeben. Hier der Kontostand. Alles läuft auf ein spannender Saison-Finish hinaus. Welches unserer Teams wird sich den Sieg schnappen? Liebe Prüflinge, es geht in den Endspurt. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Das ist eine schwere Entscheidung. Nein, das ist schwierig. Das kann ich nicht treffen. Nein, du hast gesagt zehn Mal, dann sagen wir zehn Mal. Ja, okay.